Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Forell und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Geld verdienen kannst mit deiner Stimme. Hört sich erstmal ein bisschen verrückt an, aber ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache, denn ich bin nämlich hier über diese Schlagzeile gestolpert, mit Facebook sprechen und damit Geld verdienen. Also du sprichst mit Facebook und kriegst Geld. Wie soll das funktionieren? Das zeige ich dir alles detailliert und möchte dir auch nochmal Alternativen zu dem System hier zeigen, nämlich von anderen Anbietern. Worum geht es jetzt hier aber erstmal? Also es geht ja darum, dass du mit Facebook quasi, die haben so eine Plattform erstellt, wo du quasi ja mit Sprachaufnahmen Geld verdienen kannst, weil du eben als Nutzer dazu beiträgst mit deinen Sprachaufnahmen, dass deren Spracherkennungssoftware sich verbessert. Das ist nämlich künstliche Intelligenz bei denen und die brauchen einfach hier, das nennt sich die Pronunciation, ja im Prinzip Beispiele von Leuten, wie sie etwas aussprechen. Und dadurch lernt diese Software und wenn du hier dann zum Beispiel zehn Leute aus deiner Freundesliste eingesprochen hast und dann weiß diese Software, okay, den Namen spricht man so aus, den Namen spricht man so aus, dann bekommst du hier eben auch schon Geld dafür. Und es geht halt wirklich darum, dass dieser Algorithmus von Facebook, von dieser Spracherkennungssoftware verbessert wird und das Ganze geht hier bei Facebook Viewpoints. Das Ganze ist in den USA gestartet. Für Deutschland ist es ja teilweise schon verfügbar. Das Ganze soll, musst du einfach mal überprüfen, je nachdem, wann du dieses Video siehst. Und deswegen möchte ich aber auch nochmal Alternativen vorstellen, weil hier Facebook wirklich teilweise das Ganze natürlich in mehreren Sprachen haben möchte und irgendwann ist natürlich auch mal Deutschland dran bzw. irgendwann ist Deutschland auch mal fertig und dann kommen andere Länder. Deswegen habe ich auch nochmal Alternativen. Es geht ja darum, eben hier Tasks zum Beispiel zu erfüllen, Surveys oder trying new products. Also Tasks wären dann zum Beispiel so Spracherkennung, Surveys wären Umfragen oder eben neue Produkte zu testen. Und das Ganze hier mit sogenannten Punkten, du siehst das auch hier zum Beispiel, diese tausend Punkte von tausend und das kannst du dir mit Paypal dann auszahlen lassen. Das Ganze ist auf jeden Fall eine coole Sache, weil du brauchst dafür jetzt kein riesiges Equipment wie Mikrofon, so ganz professionell, sondern kannst das Ganze einfach über dein Handy zum Beispiel machen oder über dein Mikrofon am Laptop, PC, wie auch immer. Jetzt aber mal zu einer Alternative, die genauso gut ist, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen besser, weil die sogar noch ein bisschen zuverlässiger und häufiger Leute suchen, die eben solche kleineren Aufgaben machen, wie zum Beispiel Spracherkennung. Und da geht es auch noch darum, dass du dich kostenlos registrierst und dann eben Aufgaben erfüllst, wie zum Beispiel diese Spracherkennung. Das heißt, dass du Texte einsprichst und dann letztendlich dafür Geld bekommst. Das Ganze auch wieder mit dem Hintergrund, dass hier eben eine Spracherkennung arbeitet mit künstlicher Intelligenz und die einfach massig an Beispielen braucht. Es gibt aber neben der Möglichkeit, hier Dinge einzusprechen, auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel Dinge zu markieren. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, das mit der Stimme gefällt dir nicht ganz so gut, dann kannst du hier zum Beispiel in diesem Bild ja Kekse markieren und sagen, das ist ein Keks. Oder du machst, wie hier rechts oben, eben Locations, die du bestimmst, das heißt Orte, die du in Texten markierst. Also hier wirklich viele, viele Möglichkeiten. Und dann kommen wir jetzt hier eben zu diesem Transform Text into Audio. Das heißt, dass du eben einen Text, der dir hier vorgegeben wird, in ein Audioformat erstellst. Und das Ganze, wie gesagt, auch komplett ohne professionelles Equipment oder sowas. Und dafür wirst du eben dann auch schon bezahlt. Und das Ganze, selbst wenn es jetzt kein gutes Englisch ist, was du sprichst, ist auch kein Problem, weil die lernen ja gerade auch von Leuten, die jetzt nicht zum Beispiel gut Englisch sprechen, wie so etwas ausgesprochen wird von diesen Leuten. Was brauchst du dafür, um da mitzumachen? Du musst einfach nur ein Mensch sein, brauchst ein bisschen Freizeit, also ein bisschen Zeit, wo du das machen kannst und ein PayPal-Account, weil auch hier wird über PayPal ausgezahlt und kannst du das Geld dann quasi dann dort überweisen lassen. So, jetzt kommen wir auch schon zu einer weiteren Alternative. Also ich würde dir immer empfehlen, hier alle Alternativen auf einmal auszuprobieren, weil dann hast du eben nämlich die Chance, sehr, sehr oft an solche Spracherkennungs-Dinge heranzukommen und Geld zu verdienen. Ist nämlich Clickworker, die suchen immer mal wieder Leute für kleinere Aufgaben, unter anderem eben hier für Sprachaufnahmen, für Google oder für Amazon, für dieses Smart Home Speaker, wo du dann eben sagst, okay, ich spreche das und das ein und dadurch lernt zum Beispiel hier Alexa oder Siri, wie Dinge ausgesprochen werden. Und das Ganze ist natürlich immer ein kontinuierlicher Lernprozess für die Unternehmen und für diese Spracherkennungssoftwaren und da wird es immer wieder neue Wörter geben. Also diese Arbeit geht auch nicht aus, dass mal irgendwann alles eingesprochen worden ist oder sowas. Also das definitiv nicht. Ich finde das übrigens eine richtig coole Sache. Wenn du das auch findest, dann gerne mal Daumen nach oben da lassen. Und ansonsten gibt es jetzt noch eine Möglichkeit, wie du mit deiner Stimme Geld verdienen kannst. Nämlich zum Beispiel auf so Seiten wie Mach du das oder auf Fiverr, wo du eben ja darauf warten kannst, dass Leute eben andere Leute suchen, die für sie Sprachaufnahmen machen. Hier geht es dann schon eher in die Richtung, dass du ein professionelleres Mikro brauchst. Genauso wie zum Beispiel, wenn du Hörbücher erstellst für Amazon. Auch hier solltest du ein professionelles Mikro haben und dementsprechend professionell aufnehmen können. Das aber, wie gesagt, jetzt nochmal so Methoden, die noch möglich wären. Aber wie gesagt, die ersten ein, zwei, drei Methoden, die ich jetzt genannt habe, also hier zum Beispiel mit Facebook oder eben auch mit dieser anderen Variante, die sind eigentlich hier, du siehst es auch nochmal, von Nivo. Das sind eigentlich so die Varianten, die ich dir empfehlen würde. Gerne jetzt auch einfach mal deinen Kommentar mit deinem Feedback da lassen. Und ansonsten, du wirst wahrscheinlich wissen, wenn du mich abonniert hast, ich lade alle zwei Tage ein Video hoch zum Thema Geld verdienen im Internet. Darfst du mich auch gerne abonnieren. Wenn du es noch nicht getan hast, dann mach das gerne jetzt. Ansonsten auch, wie gesagt, dein Feedback da lassen und einen Daumen nach oben für dieses Video. Ich freue mich immer über deinen Support und finde ich auf jeden Fall richtig cool, dass es immer wieder coole neue Methoden gibt zum Geld verdienen. Gerade jetzt auch mit deiner Stimme, was ja wirklich für die meisten sicherlich gut umsetzbar sein wird. Von daher wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Geld verdienen und wünsche dir alles Gute. Mach's gut, dein Flo Farrell. Bis zum nächsten Mal.